Hallo, willkommen zurück zu Polestar, dem Polestar-Jubiläum, 20 Jahre Polestar Europe und 30 Jahre Polestar International. Heute habe ich eine Mentorin zu Gast, Ruth Imperatori, und ich wollte von dir einfach mal wissen, Ruth, wie bist du denn zu Pilates und zu Polestar gekommen? Ja, hallo. 2003 fing das Ganze an. Ich hatte durchs Tanzen Rückenschmerzen und habe eine Pilatesstunde gemacht, damals auch im Springs Köln, und da war es eigentlich um mich geschehen. Ich war sofort begeistert von der Methode und es hat auch gar nicht lange gedauert. Die Rückenschmerzen waren sehr, sehr schnell im Griff. Ich habe damals die Matten-Ausbildung begonnen und es folgten Reforma und Studio vor sechs, sieben Jahren ungefähr. Und ja, ich finde die Methode großartig. Ich finde es großartig, dass Polestar Pilates die physiotherapeutischen Gedanken mit in die Ausbildung einbezieht, in das Training einbezieht und man nicht einfach nur Hardcore-Übungen macht, sondern, also die Qualität hat mich sofort sehr überzeugt. Und du bist da als Mentorin auch geworden. Was ist da deine Rolle genau? Ja, also Mentorin in Ausbildung genau genommen. Mich fasziniert es einfach, nicht nur im Gruppenunterricht oder im Personal Training die Menschen zu begeistern, vom Training und von der Methode ganz einfach und ihnen einen guten Weg zu zeigen, sich gesund, konsequent und gesund zu bewegen und auch vor allen Dingen Freude an der Bewegung zu haben. Also mich hat dann weiter gereizt, einen Schritt tiefer zu gehen. Ich merke einfach, dass es sehr, sehr spannend ist, sich noch tiefer zu beschäftigen, a mit der Methode, mehr zu verstehen. Und durch zum Beispiel, wenn ich als Mentorin oder als Mentorin in Ausbildung die Studenten praktisch begleite und ihnen helfe, dann erfahre ich durch die Fragen der Studenten, dass ich vieles selbst noch gar nicht richtig erfasst habe. Das finde ich mega spannend. Da kommt eine neue Dimension rein und ich finde es einfach großartig, ein Leben lang weiterzulernen. Und immer, wenn man meint, man hätte eine Bewegung schon richtig verstanden, erkennt man sehr, sehr schnell, dass es noch viel, viel mehr zu entdecken gibt. Und also insofern freue ich mich, auch auf dieser Ebene noch viel zu lernen und anderen dabei zu helfen, zu lernen. Ja, vielen Dank, dass du als Mentorin dazu beiträgst, dass du dieses Bindeglied bist zwischen dem fertigen Pilates-Trainer und dem Schüler, der die Pilates-Übungen erst lernt. Das ist sehr wichtig für uns. Und ihr könnt Ruth in den Ausbildungen treffen. Vielen Dank, Ruth und bis bald.